Und weiter geht's mit Let's Play Age of Empires 3. Wir machen weiter mit der Mission, dessen Name ich noch nicht weiß. Yay. In den schneebedeckten Bergen westlich der Kolonien können John und Ken Yenki Warwick schließlich einholen, ihn und seine Günstlinge der Knochengarde. Warwick auf der Spur. Dort drüben. Das wird nicht leicht. Sollen wir auf Verstärkung warten? Washington hat uns Männer und Vorräte versprochen. Wir können nicht warten. Wir müssen die Vorräte von Warwick stehlen. Bisschen Warwick's Festung. Bisschen Klauen ist angesagt. Bringt diesen Vorratswagen zurück ins Lager. Wir brauchen die Rohstoffe, um dieses Vor anzugreifen. Warwick's Lager ist viel zu gut befestigt, um es jetzt anzugreifen. Oh mein Gott. Aber wir können einige Vorratswagen stehlen, die ins Vor gebracht werden. Oh, der hat tatsächlich einen Stern vor. Guck, soll ich das... Na gut, mehr oder minder einen Stern vor. Also es soll zumindest ein Star-Stern, das soll angedeutet sein. Mehr Siedler werden wir nicht bekommen. Für Rohstoffe müssen wir einige von Warwick's Vorratswagen stehlen. Schön. Dann tun wir das. Hm. Aua. Geräte? Bringt die gestohlenen Fungeratswagen in unser Dorfzentrum, damit wir die Rohstoffe nutzen können. Bisschen dabei, Bisschen dabei, Bisschen dabei. Ja, das wird gut. Oh Gott, bis der Turm mal weg ist. Ich lasse den Turm jetzt. Ach, das sind die Schweizer Viginiere. Ich wollte schon gerade sagen, was ist denn das für ein lustiger Schweizer Akzent hier? Vorwärts. Ja. Kanone, bitte, ich brauche dich noch. Nein. Du gehst mal schnell weg. Das könnte ein bisschen gemein werden. Wir haben nur noch wenig Zeit. Bald wird Warwick's Vorzug befestigt sein, um es anzugreifen. Ihr wollt mich doch verarschen. Die Vorratswagen haben entweder Nahrung, Holz oder Münzen. Oder alle drei Rohstoffe geladen. Ich gehe recht. Ich gehe recht. Alles klar. Ja. Je nachdem, was für Rohstoffe wir bekommen, müssen wir uns auch ein bisschen auf anpassen, was wir überhaupt für Einheiten bauen. Aber ich habe die ganz vergessen mitzunehmen, ne? Hier ist der nächste Vorratswagen. Den schnell zu bekommen wird schwierig. Ich habe einen Berglöwen gezählt. Na, immerhin. Butterblume. Ich komme hier nicht gescheit durch. Viel zu viele von diesen blöden Türmen. Natürlich dafür keine Siedler. Aber einen Vordar habe ich machen. Und Kanonen. Das da drüben. Ich weiß nicht. Ich habe meine Kanone leider verloren. Ich habe 20 Minuten Zeit zum Zerstören, ja? Oh, hey. Okay, jetzt wird es echt Zeit für die Kanonen. Dankeschön. Der Wagen ist viel zu schnell. Und gut, wenigstens mache ich jetzt den Platz. Für weiteren Spaß. Nee, den kriege ich nicht mehr, aber wenigstens habe ich jetzt hier mal freigeordnet. Guck mal, da kommt noch weiter. Da ist jetzt Holz geladen, wenn ich es richtig sehe. Das bedeutet einen Vorratswagen weniger für Warwick und einen mehr für uns. Hast du gut gezählt. Oh nein. Oh no. Ich könnte noch einmal schießen. Okay. What is your attack? What is your attack? Hawker-Stair, hi. So, ich möchte mal da hoch... Wenn wir dieses Vor nicht bald niederreißen, wird es zu gut befestigt sein, um es zu zerstören. Das ist schon fast so, als hättest du das schon mal gesagt. Aber auch nur fast. Aua. Nur Holz-Gold gibt's keine Einheiten, ne? Okay. Das ist zeitlich ganz gut. Kommt mal hoch. Befestigen. Ich glaube, hier kriege ich meine Festung nicht, oder? Schade. Aber so geht's. Dann wird diese Position mal schön gehalten. Also ich spreche da auch nichts dagegen, hier mal ein bisschen Bum-Bum zu machen. Die Bum-Bum-Show. Was vor, kann sich ruhig mal ein bisschen beeilen. Ready. Yes. Ready. Yes. I mean so. I mean so. You it. Yes. Okay. Okay. Boah, jetzt wett halt mal ein bisschen. Ja. Yes. 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 Nahrungsvorratswagen. Das ist genau das, was ich jetzt gerade gebrauchen kann. Ein Feldhospital. Das gefällt. Bin ja dabei. Tut's das! Schön, dass du das auch mal gecheckt hast. Ich bin eher jemand, der für offene Türen ist. Wisst ihr ja, ihr habt ja alle Schacht im Mittelalter gesehen. Aber die meisten weiß da nicht. Komm an die Wand! Auf Ahnze! Ich mach das Dorf dann nur kaputt, jetzt reicht's. Was hast du davon? Wenn du jetzt fragst wovon, ich hab keine Ahnung. Er hat's einfach! Punkt! Der war bintell den Film connections. K english was für ordnen друз! Wenn du das kompletten, ist es auch seinePa. K Shanee. Dann wenn du ihn schri Buddy Redakt ist! Los Jahr. Das比如 was. Gay청! YearτηFE K Fine der Gruppe. Hud equilibrium schreibt Schmack Chasm. Patience ist nicht für mich. Das ist unmöglich, meine Festung bricht zusammen. Das ging fix. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt... Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt auch wirklich... Ich dachte, ich muss alles zerstören im Vor. Ich bin irgendwie viel zu schnell mit den Hauptzielen in dem Spiel. Ich wollte jetzt eigentlich hier erst mal sagen, okay, ich schwäche ihn so weit, dass er mir nicht mehr auf den Sack geht, dann kümmere ich mich um die Nebenaußen posten. Ich glaube, ich hatte noch sehr gut Zeit übrig. Na gut, lief mir ganz okay, auch wenn ich mit der Erfahrung nicht mehr so ganz hinterherkomme. Ich mache die Vision geradezu schnell. Da würden wir Landsknechte bekommen. Marmelukenbarnkosanen. Jetzt werde ich erstmal noch vorsichtig. Münzen aus Minen. Fische. Ah, Holz. Holz hört sich gut an. Haben wir oft ein Problem mit. Aber okay, dann war es das schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Mission. Ich bin bei der nächsten Mal.